Musik Hallo! Wir organisieren das Wellenbrecher-Festival. Das ist ein Festival für alle Ministrantinnen und Ministranten aus der Diözese Würzburg. Der Titel Wellenbrecher leitet sich aus dem Evangeliumstext ab, in dem Jesus den Seesturm stillt. Unser Festival findet dieses Jahr im Juni auf dem Gelände der Abteil Münster-Schwarzach statt. Es wird ganz, ganz viele verschiedene Workshops geben für die Kinder und Jugendlichen, zum Beispiel kreativ, sportlich oder spirituell. Eine große Bühne mit Live-Musik über das ganze Wochenende verteilt oder ein großes Wappelzockerturnier. Außerdem feiern wir zusammen mit unserem Bischof Gottesdienst und abends kann man sich noch ans Lagerfeuer setzen. Von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Wir, die das Festival organisieren, sind eine Gruppe aus ca. 30 engagierten jungen Leuten aus der Diözese Würzburg. Wir Ehrenamtliche werden zusätzlich noch von Hauptamtlichen aus der Fachstelle Ministrantinnenarbeit und kirchlicher Jugendarbeit unterstützt. Wir treffen uns regelmäßig und stehen total hinter unserem Vorhaben, das größte Ministrantinnen-Festival in Deutschland zu organisieren. Wofür brauchen wir Geld? Zunächst einmal wollen wir allen Kindern und Jugendlichen, die am Festival teilnehmen möchten, auch die Teilnahme ermöglichen. Hierfür ist es unbedingt notwendig, den teilnehmenden Betrag möglichst gering zu halten. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Als Dankeschön könnt ihr im Shop für eure Unterstützung bei uns diverse Artikel erwerben, zum Beispiel Tassen, T-Shirts oder auch Caps. Wenn ihr einen dieser Artikel kauft, unterstützt ihr das Festival auf direktem Weg. Alle Gelder, die dadurch eingenommen werden, fließen direkt in das Festival. Für eure Spende bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.